Wir glauben an das, was wir tun. Ich habe daher ein gutes Gefühl und wir werden nach dem Spiel sehen, ob mein Gefühl richtig war. Ja, es wird ein Kampf zwischen zwei Weltklasse-Spielern, wir müssen aber als Team gut sein. Wenn wir Zlatan in Szene setzen wollen, dann müssen wir als Team gut sein, denn er braucht auch Unterstützung. Wenn wir das gut machen, wenn wir ein starkes Team bilden, dann kann er zum Matchwinner werden. Ibrahimovic hat in dieser Saison viele Tore gemacht und auch schon in der letzten. Na klar ist das gut. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Cristiano Ronaldo auch einige Tore gemacht hat. Ich denke, die beiden sind gleich auf. Aber natürlich ist Zlatan in einer glänzenden Verfassung. Er ist sehr wichtig für uns. Er glaubt an sich und er fühlt sich stark. Er ist sehr wichtig. Er glaubt an sich und er fühlt sich stark. Er ist sehr wichtig. Er ist CVG. Vielen Dank.